ja hallo freunde heute geht es mal wieder ums zurücksetzen von windows 8 oder 10 jahr also ab windows 8 über diesen windows reparatur tool beziehungsweise eher darum wenn das nicht funktioniert ja wenn wir was ich damit meine jetzt hier über windows einstellungen update und sicherheit hier und hier unter wiederherstellung ja da haben wir jetzt hier die möglichkeit dieser pc zurückzusetzen ja oder aufzufrischen ja das scheint das ja irgendwie nicht immer funktioniert beziehungsweise viele user haben da probleme damit dass das nicht funktioniert ja da kommt am ende ein fehler das sagt dass keine änderung vorgenommen wurde und das pc kann nicht zurückgesetzt werden oder aufgefrischt halt das kann auch sein wenn das system wenn das system überhaupt nicht mehr startet ja nicht mehr bootet und wir kommen da startet ja diese reparatur tool von microsoft automatisch und läuft ja und ein bisschen durch und dann kommt auch dann irgendwann die meldung dass keine änderung vorgenommen wurde und das system nicht repariert werden kann wir landen dann wieder auf diese windows reparatur optionen ja seite und wir sind in einer schleife und kommen da halt nicht weiter deswegen ja möchte ich euch heute kurz eine mir eine mögliche lösung zeigen die aber bei mir funktioniert hat und bei vielen anderen also bei den meisten soll auch funktioniert haben diese lösung die habe ich direkt auf der support seite von microsoft gefunden den link lass ich euch noch mal hier unter dem video dass ihr euch bitte auch noch mal vielleicht anschaut und durch liest alles an der stelle ja noch mal der hinweis ich übernehme da keine haftung ja oder keine verantwortung irgendwie wenn da irgendwie was schief läuft oder so aber das sollte es nicht genau ja alles was wir brauchen ist einmal eine windows dvd oder cd ja beziehungsweise usb stick das geht auch also wir müssen den rechner jetzt einmal vom unser windows dvd jetzt hier in meinem fall starten ich starte jetzt einmal ja einfach mal neu um vom dvd zu starten zack ja und dort werden wir dann wenn es so weit ist diese reparatur optionen auswählen sagt genau das ist jetzt meine dvd hier hier im ersten schritt klicken wir einfach auf weiter und hier haben wir diese computer reparatur optionen ja hier einmal drauf klicken dann hier unter problem behandlung und erweiterte optionen hier zack und jetzt starten wir hier eine ja die eingabe aufforderung genau ja das sind wir schon jetzt müssen wir einfach in das richtige verzeichnis hier wechseln und zwar in den windows dvd windows directory und das ist system 32 jetzt ist mir hier system 32 und dann in den konfigurationsfolger hier konfig genau da sind wir schon und hier haben wir genau es geht jetzt um die beiden files hier einmal software und einmal system hier ja die müssen dann umbenannt werden und dann bei nachdem wir diese beiden dateien hier umbenannt haben und den rechner neu gestartet haben dann funktioniert das meistens wie gesagt beziehungsweise hier noch mal der hinweis wenn wir unsere pc nur auffrischen möchten ja also wenn wir die beiden dateien hier umbenennen software und system da wird der rechner komplett zurückgesetzt ja das machen wir wenn er den rechner komplett zurücksetzen möchten wenn wir das nur auffrischen möchten dann müssen wir einfach nur dieses system weil hier system wird dieser datei namens system so umbenennen ja das können wir ganz einfach mit dem name system und dann können wir das ja meinetwegen wie es da steht system 01 das spielt ja im prinzip keine rolle hier für die neue datei heißt und schuss genau wenn wir jetzt nachschauen dann sehen wir dass das system hier diese datei die heißt jetzt system 0 0 1 jetzt können wir hier direkt rausgehen und den rechner neu starten und dann können wir unser system auffrischen ja das funktioniert wirklich also meistens wie gesagt vielleicht ja auch nicht immer aber wirklich bei den allermeisten meisten hat das funktioniert wenn wir jetzt komplett zurücksetzen möchten können wir auch diese datei auch umbenennen die software heißt und nach dem neustart startet aber direkt diese zurücksetzung ja diese reparatur tun und dann können wir zurücksetzen ich hatte jetzt ehrlich gesagt mit dieser datei software wir können ja noch mal genau versuchen hier die name software das habe ich jetzt so nicht geschafft genau und zwar die ist irgendwie von irgendein prozess das da noch läuft blockiert und ich habe das jetzt nicht geschafft so um zu bedienen ja den prozess habe ich jetzt auch nicht gefunden der die datei hier blockiert ich wollte jetzt auch nicht den hauen tag verbringen damit ich habe einfach das so gelöst dass ich jetzt von einer knopp xcd ja um deine live cd könnte starten und dann hier in den folder navigieren einfach und dann einfach die datei hier auch einfach umbenennen ja das geht auch recht einfach und dann neu starten windows und dann wie gesagt wenn wir die beide dateien hier umbenannt haben dann startet direkt diese reparatur und windows wird dann zurückgesetzt komplett ja wenn wir nur auffrischen möchten dann reicht hier nur dieses system diese datei um zu benennen ja jetzt können wir einfach hier raus gehen mit exit und jetzt hier mit dritt fortsetzen und dann startet jetzt windows ganz normal in der regel noch mal ja jetzt drücken wir nichts und dann soll diese und dann ja funktioniert diese mit dem auffrischen halt ja genau ich hoffe ich konnte euch damit helfen ja das war es erstmal auch schon alles ich hoffe wie gesagt dass es für euch hilfreich ist ja und euch helfen konnte wenn ihr fragen oder anliegen habt einfach einen kommentar hinterlassen ja ich freue mich und ja danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ja 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 ja